Meine Leute werden dort sein. Santoro denkt, er wäre der Beste. Ich hasse ihn, aber ich werde die Kämpfe verfolgen. Nichts hat sich verändert. Bis später dann. Okay. Du hasst Santoro wirklich, oder? Oh, ich kann ihn nicht ausstehen. Weißt du, ich habe mich um den Jungen gekümmert, der den Kämpfer Guerrero trainiert. Das wird... das wird ihre Moral sicher sehr schwer treffen. Warum hast du das getan? Du weißt doch genau, dass ich Gewalt hasse. Aber manchmal ist sie notwendig.